... Körperkondom. Wolfgang, das nützt nichts. Mensch, ich hab mir mal gedacht, die Nordendler, das wären wetterfeste. Die würden sich so schnell von Kälte und Wind und Wetter nicht beeindrucken lassen. Da haben die Käpsch über der Uniform. Wie fällig. Aber denen ist die Frisur aus der Passung geraten. Aber ihr seht trotzdem gut aus. Mit drei Wettertaft wäre das nicht passiert. Und die Kappe haben sie weggeschmissen. Ei, ei, ei. Ein wasserscheuer Frosch hat seinen Beruf verfehlt. Wir grüßen euch. Komm, sag ich mein Frosch. Wir grüßen die Frösche und alle Gläserteller mit einem Dreifachkräftchen. Füllt voll. Hinein. Füllt voll. Hinein. Füllt voll. Hinein. Das geht doch wunderbar. Jetzt müssen wir mal gucken, wo ist denn die Kinderfrau.